Heute sind wir mit dem Herzen gekommen, heute zu meinem ersten Vlog auf diesem Kanal. Heute geht es zum Spielen. GC der Rekordmeister gegen IB, gegen den neuen Meister der letzten Saison. Zu dem letzten Duell hat GC das Vierersehkunde gegen IB. Und am Tag konnte er IB-Meister werden. Ihr habt es leider nicht geschaut, weil sie überraschend Vierersehkunde gegen GC verloren haben. Genau. Aber kommen wir mal zu der Info von dem Kanal. Auf dem Kanal werdet verschiedene Vlogs kommen von der Schweiz. St. Galli, IB und so weiter. Also einfach verschiedene, allgemein von der Schweiz werdet. Vlogs auf dem Kanal kommen. Dann habe ich noch einen Hauptaccount. Den mache ich nur FCZ Vlogs. Genau. Und ja, auf dem Kanal fährt hauptsächlich nur wirklich verschiedene Vlogs. Allgemein von Fußball. Also nur Fußball Vlogs. Verschiedene, ja Fussball Vlogs von verschiedenen Clubs sozusagen von der Schweiz. Genau. Und wenn ihr euch das Video gefällt vom ersten Vlog. Wie gesagt, wenn ihr euch das Abo da kommentiert und liked das Video. Und ich tippe. Ja, also. Ich bin gerade gegen GC2 verloren. Die erste Niederlage. Ich tippe. Ich tippe. Es ist schwer, wie gerade bei den Teams in einer Krisen. Also IB ist auch gerade in einer Krisen. Wir sind einfach die ersten Niederlage. Kassierke Kassierke. Ich tippe. Ich tippe. Ich kann jetzt das Resultat mit tippen. Genau. Aber ich sage, IB wird glücklich. Ich bin glücklich. Wie viel weiss ich nicht. Aber ich sage, IB wird glücklich. Aber ich sage, IB wird glücklich. Ich bin glücklich. Genau, eben der Zielgerunde ist so gefährdet, weil ich denke, ich will das nicht gewöhnen. Okay, und damit möchte ich mal sagen, viel Spass mit meinem ersten Flug und ja, bis später. So, beide Mannschaften sind hier. Ich bin sehr warm und ich bin sehr heiß. Und ich hoffe, dass wir da was heißer spielen. Ich hoffe, ich werde nicht enttischt. Das heißt, das war cool. Und es macht Spaß. Ich probiere jetzt mal das Spiel rein. Auf Wiedersehen. arbeite. Musik 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 Achtung, Achtung 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 Musik 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 Oh, 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 oh. Oh, okay. Hey, Merkios, Merkios, was ist ein Planke, was ist ein Planke. Was ist ein Planke, das ist ein Planke. 27 Minuten, Goal für den BSC Young Boys Bern, der Zeitspieler mit der Nummer 9, Cédric Itten. Neuer Spielstand, Krasnokop Zürich 0, BSC Young Boys Bern 1. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 11. 11. 12. 13. 15. 14. 15. 14. 15. 15. 16. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 25. 25. 24. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Musik Musik Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich UNTERTITELUNG Untertitelung des ZDF, 2020 Applaus Spicht am Norddeutsch, Krasnitzel, Zürich Null, BSC Norddeutsch, Bern, 1 Schalker, Zürich Null, Zürich Null, BSC Norddeutsch, Bern, 1 Schalker, Zürich Null, BSC Norddeutsch, Bern, 2 Schalker, Zürich Null, BSC Norddeutsch, Bern, 1 Schalker, Zürich Null, BSC Norddeutsch, Bern, 1 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Musik Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Minimum 6 Minuten Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis morgen. Tschau zämme.